Zum Thema Mindesteinkommen, kurz und klar vor mir. Menschen sollen von ihrer Arbeit leben können. Darum geht es, egal ob sie Klickarbeiter sind, ob sie Lkw-Fahrer sind, ob sie in einem Büro arbeiten, egal ob sie im Norden, Süden, Osten oder Westen Europas leben. Und der beste Garant dafür sind starke Gewerkschaften, eine funktionierende Sozialpartnerschaft, ein Nationalstaat und eine Europäische Union, die die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Und dazu gehören soziale Mindeststandards, dazu gehören Mindesteinkommensschemen und die Unterbindung von Lohn- und Sozialdumping, die Kindergarantie, dazu gehört die Jugendgarantie, also ein soziales Netz, an dem wir hier alle arbeiten sollen. Und das ist es, was letztlich die Basis bietet, um auch wirklich für Menschen es zu ermöglichen, dass sie von ihrer Arbeit leben können. Und im Übrigen brauchen wir jetzt sogar einen Pay-Rise, eine Lohnerhöhung, denn die Wirtschaft brummt.